Hallo meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler, willkommen zurück in meine Hobby-Ecke. Ich bin Sarah van Drath und komme wie immer zu euch aus dem schönen Teutoburger Wald. Wenn ihr wissen möchtet, was ich in den letzten Wochen so gestrickt habe, bleibt ganz einfach dran. Gleich geht's los. Und willkommen zurück meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir treu geblieben seid. Der letzte Podcast ist ja doch schon eine ganze Weile her. Und falls ihr neu seid, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Sarah, eure Gastgeberin in der Hobby-Ecke. Ich hoffe, ihr habt es euch richtig schön gemütlich gemacht, was zu stricken oder zu nähen auf dem Schoß oder was Leckeres zu trinken dabei. Und genießt jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde mit mir und meinen gestrickten Sachen. Irgendwie war es in den letzten Wochen nicht so viel dazu gekommen, dass ich viel Zeit zum Stricken hatte. Das Wetter war relativ gut bei uns und wir waren viel unterwegs, viel mit dem Camper draußen. Wir waren viel Fahrrad fahren und irgendwie war das Strickmodo schon so ein bisschen ohne mich in den Urlaub gefahren. Außerdem habe ich in den letzten Wochen viel genäht. Ich habe ja ein kleines Kosmetik-Teschlein für eine junge Dame genäht. Vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen, dann verlinke ich es euch gerne nochmal auf dem i oder unten in der Infobox. Da könnt ihr dann gerne nochmal so ein bisschen schnökern, falls ihr auch am Nähen interessiert seid. Auf Instagram hatte ich euch ja noch einen anderen Grund genannt, den ich hier jetzt nicht mehr nennen werde. Denn das hier ist ja unser Pausenraum der Glückseligkeit, in dem wir die Realität ein bisschen ausblenden wollen für ein paar Minuten unserer kostbaren Zeit am Tag. Und deswegen verweise ich euch auf den letzten Post. Da habe ich das nochmal reingeschrieben. Ist nichts Weltbewegendes, aber hat halt dafür gesorgt, dass ich noch keinen Podcast letzte Woche drehen konnte. Aber jetzt ist er endlich online und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit mir. Das ist allerdings auch der letzte Podcast vor meinem Sommerurlaub. Denn der dauert nicht mehr lange, noch dreieinhalb Wochen und dann geht es endlich los nach Rügen. Wir freuen uns schon sehr und wir sind sowas von urlaubsreif. Vorher habe ich aber vielleicht noch das ein oder andere Video für euch. Ich wollte natürlich noch ein bisschen was nähen, denn wir haben wieder ein Möbel gebaut für unseren Flur. Mehr verrate ich aber noch nicht. Und da soll noch was Hübsches oben drauf, so als Zier. Und ich habe mir gedacht, ich vlogge meine Urlaubsvorbereitungen mit euch und zeige euch, was so an Handarbeitssachen mit in den Camper wandern darf. Also falls ihr da Lust drauf habt, dann schaltet doch gerne ein. Aber nun nicht mehr lange Vorrede. Jetzt zeige ich euch endlich, was ich so an schönen Projekten gestrickt habe. Und wir fangen natürlich an mit dem ersten fertigen Objekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Fand ich war das ein sehr schönes Design-Element, dass hier so ein bisschen Lochstruktur ringsherum um den Brioche-Teil entsteht. Von daher dachte ich von Anfang an, dass das so soll. Und ich glaube auch auf den Bildern von Susanne in der Anleitung sind auch die Löcher zu sehen. Von daher glaube ich einfach mal und bin guter Hoffnung, dass diese Löcher tatsächlich gewollt sind. Und das liegt sicherlich auch in der Natur der Sache, denn an diesen einzelnen Maschen hängt ja doch relativ viel Gewicht mit diesen mehreren Umschlägen, die man da machen soll. Und von daher, ja, tut die Schwerkraft dann ihr Übriges und zieht die Maschen extra lang. Ich denke, deswegen sind die so zu sehen. Ja, ich habe jetzt hier mit gespeckeltem Garn gearbeitet hauptsächlich und da fällt das gar nicht mal so auf. Auch wenn ich so meine dunklen Kleider da drunter trage, fällt es mir persönlich nicht auf. Aber wenn euch das stört, dann kann ich euch nur raten, dass wenn ihr an diesen Stellen seid, dass ihr da nochmal richtig Spannung offen auf das Garn bringt, damit diese Maschen nicht zu groß werden. Dann wurde ich von einigen Zuschauerinnen gefragt, wie ich denn so meine Strickteile pflege und wasche und trockne. Ich bin da total unprätentiös, muss ich sagen. Also ich wasche in Anführungsstrichen meine Strickteile nach dem Fendien der Endfäden. Ich mache einfach lauwarmes Wasser in meinen Eimer, schütte so ein bisschen Euceran rein. Dann drücke ich das Wasser so ein bisschen ins Gewebe bzw. in das Gestrick und lasse das so eine Viertelstunde bis 20 Minuten im Wasser liegen, sodass sich die Fasern wirklich gut entspannen können. Manchmal habe ich es auch schon eine halbe Stunde drin gelassen und da ist auch nichts passiert. Und dann habe ich so ein Wäschesäckchen. Da mache ich das dann rein, mein Strickteil. Und schleudere es beherzt bei 1400 Umdrehungen in der Waschmaschine. Toi, 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 bisher ist noch nichts passiert, denn dadurch, dass man das ja in diesem Waschsäckchen drinne hat, können sich die Fasern nicht mehr weiß, wie auseinanderziehen in der Waschmaschine. Von daher habe ich damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Ja, und wenn der Schleuderprogramm dann durchgelaufen ist, dann nehme ich mein Strickteil raus und lege es ganz normal auf ein Badehandtuch aus. Ich lege da auch nichts rein irgendwie zwischen die einzelnen Schichten. Lass das einfach so trocknen, lege es schön glatt aus, so in der Form und Größe, wie ich es gerne haben möchte. Insbesondere bei Lace-Teilen kann man ja dann nachher auch noch so ein bisschen spannen oder mit Stecknadeln nachhelfen, wenn man ein besonders schönes Muster rausarbeiten möchte. Und das lasse ich dann meist über Nacht trocknen und dann kann ich es am nächsten Tag schon tragen. Ich wasche meine Teile dann in der Regel auch gar nicht mehr so oft. Bei mir ist es eher so, dass ich die Teile mal zum Lüften nach draußen hänge. Gerade so bei Non-Superwash-Garn mache ich das ganz oft. Zum Beispiel bei meinem Braunpullover von der Rerum Natura. Den habe ich bisher nur einmal gewaschen, direkt nach dem Stricken und jetzt hänge ich ihn nur zum Lüften raus. Bei diesem Superwash-Garn könnte ich mir vorstellen, das hin und wieder mal zu waschen. Aber in der Regel habe ich zwei, drei Schichten Klamotten unter diesen Teilen, sodass Schweiß oder so gar nicht unbedingt in mein Gestrick reinkommt. Und von daher reicht da auch Lüften. Manchmal ist die Form so ein bisschen instabil und dann denke ich mir, okay, der ist jetzt so labberig geworden. Jetzt müsste ich ihn mal wieder waschen, damit er sich wieder so ein ganz bisschen in Form zieht. Aber das ist total selten bisher vorgekommen. Ich glaube, das habe ich ein einziges Mal bei dem Sunday-Sweater von Petite Knit gemacht, dieses rosa Teil. Aber ansonsten hänge ich die Sachen dann tatsächlich nur zum Lüften mal nach draußen. Ja, das ist also mein Lizzy-Sweater. 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 Und dann kommen wir auch schon zum zweiten fertigen Objekt und das ist das Camisole Nummer 2 von My Favorite Things Knitwear. Ja, das Teil, das ist mir irgendwie auch von den Nadeln geflogen. Im letzten Podcast hatte ich euch, glaube ich, nur die ersten zwei, drei Reihen gezeigt. Und danach war das Teil wirklich super schnell fertig. Ich zeige es euch mal in all seiner Pracht. Ich habe das in der Größe 3 gestrickt mit einem fertigen Brustumfang von 88 Zentimetern. Und ich dachte mir erst, das könnte ein bisschen knapp werden, weil ich eigentlich einen 90er Brustumfang habe. Aber das Garn, das ich verwendet habe, ist von Knitting for Olive Merino. Da sind auf 50 Gramm 250 Meter und das ist ein ganz, ganz wunderbares Garn. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe auch noch ein zweites Projekt heute für euch, in dem ich dieses Merino Garn verarbeite. Ihr wisst ja auch, dass ich nicht so ein riesen Fan von Leinen oder Baumwollmischungen im Garn bin. Ich komme da nicht so richtig ran, muss ich sagen. Und stricke am liebsten mit Wolle. Diese Wolle hier, die ist so fluffig. Und auch nach dem Waschen und Blocken hat man dann erst richtig gesehen, wie schön dieses Teil nachher tatsächlich geworden ist. Es hat so einen richtig schönen Glanz. Ja, das Strickteil, das ist relativ formstabil. Ich finde es einfach total schickimicki, muss ich sagen. Ich habe die Farbe Robin gewählt und laut Anleitung braucht man eigentlich 150 Gramm für die Größe, die ich gewählt habe. Ich habe aber tatsächlich nur 100 Gramm verarbeitet, habe also noch ein Knäuel übrig. Muss aber auch sagen, dass ich nur eine Körperlänge von 51 Zentimetern habe und die richtige Größe wäre eigentlich 58 Zentimeter. Ich habe mir hier unten also, ja, oder besser gesagt hier oben, 7 Zentimeter gespart, denn das Ganze wird von unten nach oben hochgestrickt. Ich wollte es gerne ein bisschen cropped haben und eigentlich trifft es mich genau auf der Hüfte, eigentlich genau die perfekte Länge. Von daher bin ich um die 7 fehlenden Zentimeter überhaupt nicht traurig und freue mich sehr, dass das so ein bisschen in die cropped Richtung gegangen ist. Es ist ein sehr schönes Design, gerade jetzt passend für den Sommer und ich hoffe sehr, dass ich das dann auch in meinem Sommerurlaub tragen kann, dass wir schönes Wetter haben. Genau, ich werde das auf jeden Fall mit meinen High-Waisted Shorts tragen. Ich habe da so ein paar, die gehen mir bis zum Bauchnabel und ich glaube, da wird dieses Teil richtig schick und fetzig zu aussehen. Das war wirklich super schnell fertig gestrickt und wenn das fertig ist, dann zieht es sich natürlich erstmal zusammen, wenn die Fasern sich noch nicht entspannt haben und dann sieht das total schmal aus. Und man fragt sich, passe ich da am Ende wirklich rein oder doch nicht oder sehe ich doch aus wie Wurstpelle? Aber auch hier nach dem Blocken passiert die Magie. Ich habe das Teil auch wieder eine Viertelstunde, eine halbe Stunde in lauwarmen Wasser mit so ein bisschen Euzalan drin gehabt. Ich habe das Ganze wieder geschleudert und dann auch so ein bisschen in Form gezogen trocknen lassen und dann ist das Teil so geblieben und seitdem bin ich sehr, sehr begeistert von dem Garn, aber auch von der Strickanleitung. Die war wirklich super, super einfach. Das ist ja im Prinzip nur ein Rippenmuster. Hier oben wird dann so ein bisschen ein Dreieck rausgearbeitet mit Abnahmen und ich kann es echt nur empfehlen. Und falls ihr jetzt noch auf die schnellen Sommertop braucht, das könnte was für euch sein. Das ist also mein Camisol Nummer 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Meine Lieben, es geht weiter mit den Works in Progress und ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Podcast schon davon gesprochen habe oder noch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe noch nicht davon gesprochen. Es handelt sich um das Golden Oak Tanktop von Aminata. Sie heißt Agata Markiewicz, würde ich jetzt mal sagen und ist die Designerin dieses wunderschönen Teils. Es ist wirklich granatenmäßig cool. Ihr seht hier unten so einen richtig schönen Lesteil. Und wenn ich hier mal so ein bisschen daran ziehe, dann seht ihr schon, wie wunderschön diese Blätter sich nachher noch rausspannen lassen. Und genau so sieht es dann nachher eben auch fertig aus. Und danach folgt eine Hebemasche, eine Masche links. Dann kommen ganz viele Maschen rechts und dann wiederholt sich das Muster. Es ist wirklich super schön und eingängig. Mir fehlen zu meinem Glück nur noch wenige Zentimeter, bis ich dann nachher das Vorderteil und das Rückenteil einzeln abarbeite. Aber ich habe ein bisschen Angst. Denn in der Strickanleitung wird gesagt, dass für die Größe S mit 92 oder ich glaube 93 Zentimeter fertigen Brustumfang 100 Gramm nur gebraucht werden. Und zwar sind das 400 Meter Fingering Rate. Das ist alles, was ich noch übrig habe. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das reicht bis zur Fertigstellung dieses schönen Oberteils. Und einige Damen bei Instagram hatten mich schon angeschrieben und haben gesagt, ja, ich habe das auch gestrickt. Das hat aber auch gerade so hingehauen. Strick mal ruhig weiter. Das klappt schon. Von daher bin ich noch guter Hoffnung und glaube schon, dass das doch noch reichen wird. Es ist wirklich nicht mehr viel und ich werde es wahrscheinlich auch wieder so auf Cropped Länge tragen. Das ist auch so ein bisschen kürzer designt von ihr. Natürlich, wenn man kein Cropped Design mag, dann nimmt man einfach ein bisschen mehr Garn her und strickt dann diesen Zwischenteil zwischen diesem Lace und nachher dem oberen Teil mit den Trägern einfach ein bisschen länger für sich. Und schon hat man ein längeres Oberteil. Ich finde es wirklich super schön und diese Farbe ist ja wohl mal granatenmäßig. Das ist so ein richtig schönes orange-goldenes Garn von keiner geringeren als Annike Schröder von Perlanet. Das ist ihr Fuchs ausgewachsen in der Fingering Rate Stärke mit 400 Metern. Genauso wie das Rezept das vorsieht und ich finde die Farbe wunderschön. Es changiert ganz wunderbar, die hellen und die dunklen Töne, sieht ganz klasse aus und trotzdem kommt dieses wunderschöne Lace-Muster noch ganz, ganz toll zur Geltung. Das Projekt wird auf 4 mm Nadeln gestrickt und von daher ist das Strickbild auch relativ locker und fluffig. Und gerade hier unten im Lace-Teil brauche ich persönlich immer eine Nadelstärke größer eigentlich, damit das Lace richtig schön rauskommt, weil ich doch eine recht feste Strickerin bin. Von daher ist es hier unten richtig schön locker und fluffig und hier oben ist es eigentlich auch locker und fluffig. Und eigentlich soll das Oberteil ja auch recht locker sitzen, wobei es nicht oversize-designed ist. Aber ja, es hat einen richtig schönen Fall und würde nachher hoffentlich ganz schick aussehen. Das also mein fast fertiges Golden Oak Tanktop. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Work in Progress. Und ich bin jetzt auch schon so ein bisschen mehr im Herbstfieber und fange jetzt auch schon an, kuschligere Sachen zu stricken. Ich habe mich für eine Anleitung von Esbastrico entschieden. Die Anleitungen von den beiden Damen von Lisa und Melissa sind eigentlich fast immer oder ausschließlich kostenlos, findet ihr alle bei Ravery. Und die haben wirklich super einfache, aber sehr, sehr schicke und geschmackvolle Strickanleitungen. Und ich habe mich für den In Good Company Wrap entschieden. Und zwar bin ich da auch schon ziemlich weit gekommen, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt schon den Musterteil fast fertig. Und ich muss sagen, der ist leicht wie eine Feder, aber richtig warm und fluffig wie ein dicker Norweger Pulli. Das ist ein bisschen übertrieben, aber der ist wirklich super fluffig und wird, glaube ich, richtig schön warm halten. Das ist ja auch ein Wrap oder Schal, der mit so Fransen daherkommt. Das heißt, hier unten werde ich dann auf jeden Fall noch Fransen ranarbeiten. Und das ist auch das Strickstück, wo ich mal wieder das wunderschöne Merino-Garn von The Ding for Olive verarbeitet habe. Und zwar in der Farbe Camel Rose. Das ist so ein bisschen irritierend, wenn man das auf der Website sieht, sieht das eher so ein bisschen in Richtung Camel aus. Also mehr so gelb-braun Töne. Aber als ich das dann zu Hause hatte, habe ich mich so ein bisschen gewundert. Und da ist doch mehr Rosa drinne als Camel. Das stört mich aber überhaupt nicht. Ich finde, das ist richtig, richtig schick. Und in Kombination dazu habe ich mich für das Mohair-Silk von Kiezgarn entschieden. In der Farbe Pavement. Davon habe ich zwei 100-Gramm-Strenge. Und von dem Merino-Garn habe ich vier 50-Gramm-Strenge. Normalerweise müsste ich noch weitere 100 Gramm in dem Mohair-Silk haben und noch 100 Gramm mehr in dem Merino. Ich habe mich aber dafür entschieden, das Ganze schmaler zu machen. Das fertige Strickteil soll eigentlich 58 zu 1,77 Meter sein. Aber 58 Zentimeter ist für einen Schal für mich zu breit. Ich weiß, es ist eigentlich ein Wrap, den man so um sich rum schlingt. Aber ich mochte doch dann doch lieber gerne einen Schal. Und deswegen habe ich mich nur für zwei Drittel der Gesamtbreite entschieden. Habe dann mit einem bisschen beherzten Dreisatz ein Drittel abgezogen. Und bin jetzt bei einer Breite von 38 bis 40 Zentimetern. Und das finde ich wirklich mehr als ausreichend. Das ist ein bisschen breiter als meine Schultern. Und wenn ich mir überlege, dass ich mir das nachher so um den Hals schlinge, dann finde ich diese Breite wirklich mehr als ausreichend. Der Effekt, der im Zusammenspiel der beiden Garne entstanden ist, den finde ich phänomenal. Und zwar ist es ja eigentlich ein Rosaton verbunden mit einem Grauton, wo so ein paar braunrostige Speckels drauf sind. Aber ich finde, in Kombination sieht das so schön aus, wie so vertrocknete, rosafarbene Rosenknospen, die an den oberen Seiten schon so ein bisschen braun werden, aber trotzdem noch so ein bisschen rosa durchschimmern haben. Und das finde ich grandios. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Teil aussieht, wenn es fertig ist. Die Farben, die spielen so wunderbar ineinander, dass ich wirklich begeistert bin. Ich war vorher nicht ganz so sicher. Okay, grau und rosa zusammen. Ah, das kann gut aussehen, muss aber nicht. Probier es einfach aus. Und letztendlich ist es doch wirklich so, so schön geworden. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt kommt noch ein bisschen von diesem Muster hier unten und dann wird nur noch glatt rechts gestrickt. Auf der anderen Seite wiederholt sich dann dieses Muster wieder. Dann kommen noch die Fransen ran und fertig ist die Laube. Und da freue ich mich sehr drauf und werde euch auf jeden Fall im nächsten Podcast dann sicherlich schon den fertigen In-Good-Company-Rap von Esbas Trikot zeigen. In-Good-Company-Rap von Esbas Trikot Das nächste Projekt, das ich auf den Nadeln habe, das kennt ihr natürlich schon. Ich habe nämlich im letzten Podcast meinen fertigen Winterfell-Kardigen präsentiert und kann euch sagen, dass ich gleich im Anschluss meinen nächsten angeschlagen habe. Diesmal habe ich mich aber für eine dunkle Variante entschieden, denn ich liebe den Winterfell-Kardigen. Der sitzt wie eine Eins. Und ich dachte mir, ich habe den Hellen jetzt so oft angehabt, seitdem der fertig ist. Ich brauche den unbedingt noch in der dunklen Variante für den Herbst-Winter, wenn ich dann meine ganzen dunklen Kleider wieder tragen werde. Und deswegen hat sich Undergrowth von La Bienneme in der Merino-Sport-Variante wunderbar angeboten. Das Garn hatte ich ja mal in einem Riesenzail von ihr gekauft und ich wollte ursprünglich damit einen zweiten Rose-Cardigan anschlagen. Dazu ist es nie gekommen, denn ich habe für mich festgestellt, dass der Rose-Cardigan zwar super schick ist, aber ich finde diesen Tragekomfort nicht gut. Also ich weiß nicht, ob es nur an meiner gestrickten Variante liegt, aber der sitzt bei mir auf den Schultern einfach nicht gut. Er rutscht immer runter, dann sitzt er irgendwie so komisch boxig, dass dann hinten so ein bisschen der Stoff absteht und ich bin nie so richtig mit dieser Konstruktion warm geworden und habe ihn deswegen leider auch nie so oft getragen, wie ich es hätte tun sollen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, meinen Rose-Cardigan zu verschenken und zwar an meine Schwiegermama in Spee. Die Farben, für die ich mich damals entschieden hatte, passen perfekt in ihren Kleiderschrank. Also der steht ihr einfach wie eine Eins, der sitzt bei ihr wunderbar auf den Schultern. Vielleicht liegt es einfach auch an meinen Schultern, dass das immer runtergerutscht ist. Aber sie hat sich riesig gefreut. Sie findet ihn natürlich auch knatter cool. Ich glaube, sie hat ihn in den letzten Wochen öfter getragen, als ich in dem vergangenen Jahr, seit ich ihn fertig gestrickt hatte tatsächlich. Der hat wirklich ein trauriges Dasein bei mir gefristet, aber das ist nun zu Ende und er darf jetzt an die frische Luft und in aller Schönheit bestaunt und bewundert werden. Ich bin dafür aber jetzt ein Winterfellmädchen und habe mich für die zweite Variante des Winterfellcardigans entschieden. Die erste Variante habe ich in Größe M1 gestrickt, glaube ich, in S oder M1. Ich glaube, es war M. Habe aber, glaube ich, immer S gesagt. Ups. Also M1 war, glaube ich, die erste Variante mit 91 Zentimetern fertigem Brustumfang und die M2-Variante ist jetzt mit 98 Zentimetern Brustumfang beim fertigen Strickstück. Und ich hatte ja auch im letzten Podcast schon gesagt, dass das gerade so passt, aber das ist doch so ein bisschen aufspannend. Man könnte dem wahrscheinlich abhelfen, indem man einfach noch ein paar mehr Knöpfe dran macht und versucht, aus den locker gestrickten Maschen, die bei mir nicht vorhanden sind, noch ein Knopfloch auszuarbeiten. So à la Petite Knit, wo man dann zwischen den Maschen einfach so ein bisschen mit Faden ein Loch herausarbeitet. Das wäre eine Möglichkeit. Habe ich bisher noch nicht in Erwägung gezogen, weil ich meine Sommervariante sowieso nicht zumache. Das ist wirklich nur für die Schultern und für die Arme so ein bisschen Windschutz. Aber diese Variante möchte ich natürlich nachher auch zumachen können. Die soll ja auch in gewisser Weise schön warm halten. Deshalb wird Winterfell Cardigan 2.0 in Größe M2 gestrickt. Ich habe bisher noch keine Knöpfe. Ich muss mal schauen, ob ich eher nach grauen oder nach braunen Knöpfen Ausschau halte, denn beides ist ja in diesem wunderschönen Undergrowth mit drin. Ja, wie gesagt, die Farben finde ich wirklich super schön. Ich habe meine vier Knäuel schon aufgewickelt, dass ich direkt durchstricken kann. Und dann zeige ich euch im nächsten Podcast natürlich auch dazu wieder den Fortschritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und last but not least habe ich noch ein weiteres Work-in-Progress-Projekt für euch auf den Nadeln. Und da bin ich auch schon wieder in meinen Herbstüberlegungen und habe endlich mal das Garn herausgenommen, dass ich schon bestimmt seit ein oder zwei Jahren in meinem Schrank liegen habe. Und zwar handelt es sich um das wunderschöne, wunderschöne Mondim-Garn von Rosa Pomar. Und ich hatte es damals über La Bienneme entdeckt. Die hat nämlich mit Rosa Pomar kollaboriert und die haben dieses wunderschöne Garn zusammen erarbeitet. Von Rosa Pomar kam die 100% portugiesische Schafwolle, die, glaube ich, auch Non-Superwash ist. Und La Bienneme hat ihre, glaube ich, beliebtesten Farbkombinationen draufgefärbt. Und dann sind diese hübschen Sachen dabei entstanden. Die gibt es heute, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Aber natürlich gibt es das Mondim von Rosa Pomar zu kaufen. Das kann man direkt bei ihr, glaube ich, im Webshop erwerben. Sie hat auch noch ganz viel anderes wunderschönes Garn. Das ist ein bisschen anders gewickelt als das hier. Das liegt, glaube ich, an der Kollaboration mit den beiden. Und da gibt es so ein ähnliches Gelb. Und ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, weil durch die Kollaboration ist das Garn natürlich ziemlich teuer geworden mit, ich glaube, 35 Euro pro Strang. Auf 100 Gramm sind da 385 Meter drauf. Und damals hat Andrea Mowry mit diesem Garn natürlich auch den Little Yellow Sweater gestrickt, den ich jetzt auch angeschlagen habe. Man könnte sich aber auch einfach das Mondim-Garn direkt bei Rosa Pomar kaufen beziehungsweise Retrosaria nennt sie sich. Retrosaria.rosapomar.com ist ihre Website. Und da kann man das Garn auf 100 Gramm für, ich glaube, 10, 11 Euro kaufen. Also da kann man richtig sparen. Ich habe mich jetzt aber für die Kollaboration entschieden und zwar in der Farbe Yellow Brick Road. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich den Satellite Shawl vor einer ganzen Weile gestrickt hatte. Und auch da wird Yellow Brick Road verarbeitet. Und ich habe mit euch damals so ein bisschen rumgesponnen und so ein bisschen überlegt, ob Amy von La Bien Aimee vielleicht ein Zauberer von Oz-Fan ist. Und genau so war es auch. Folge der gelben Backsteinstraße ist ja ein Lied, das in dem Klassiker Der Zauberer von Oz vorkommt. Und genau nach dieser Yellow Brick Road ist eben diese Farbkombination von ihr benannt worden. Also da hat sich für mich so ein bisschen ein Kreis geschlossen. Sie hat das, glaube ich, mal bei Christy Glasnitz in einem Interview erzählt, wie sie auf den Namen kam. Und da dachte ich, ja, sie ist auch Zauberer von Oz-Fan, genauso wie ich. Und deswegen macht es natürlich umso mehr Spaß, mit dieser coolen Farbe zu arbeiten. Der Little Yellow Sweater ist bei mir in Arbeit. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr wirklich noch überhaupt nicht viel sehen. Das Ganze fängt nämlich bei den Ärmeln an. Und das hier ist immer noch der erste Ärmel. Und das hat auch einen Grund. Ich habe ganz brav und artig eine Maschenprobe gemacht. Habe auch mit den 3,25 mm Nadeln, bin ich dann auch bei der richtigen Maschenprobe rausgekommen. Also bei meinen 10 cm. Ich habe hier wieder die Higher Higher Sharps. Das sind meine absoluten Lieblingsstricknadeln. Damit decke ich mich jetzt mehr und mehr ein. Und habe aber erst die Größe 3 gestrickt. Ich bin da auch so ein bisschen irritiert. Denn die Größe 3 war riesengroß, als ich den Ärmel gestrickt habe. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das ist viel zu weit, viel zu groß. Habe also nochmal alles aufgeribbelt. Ich war schon mal so weit, allerdings in Größe 3. Und habe dann aber doch nochmal alles wieder aufgeribbelt, weil ich mir einfach nicht sicher war, ob das die richtige Größe ist. Und habe jetzt also in Größe 2 angeschlagen. Größe 2 hat einen fertigen Brustumfang von 86,5 cm. Das sind 3,5 cm weniger, als ich bräuchte. Aber der Ärmel, der sieht jetzt irgendwie von der Größe her passender aus für mich, als in der Größe 3. Ja, das ist also mein Stand zum Little Yellow Sweater von Andrea Mowry. Ja, falls ihr meine letzten beiden Videos gesehen habt, das eine war ja ein Vlog und das andere Making-of, dann wisst ihr schon, was ich euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen möchte. Und zwar ist das die Kosmetiktasche, die ich für die junge Dame gemacht habe, die mich zur Jugendweihe eingeladen hat, beziehungsweise mich und Henrik natürlich. Die heißt Lea und ich dachte mir, ich mache ihr mal so ein richtig süßes, hübsches Kosmetiktäschlein. Und ich habe mich so ein bisschen an die Anleitung von Minky Kim gehalten. Ich verlinke euch auf jeden Fall gerne nochmal die Videos in der Infobox und auf dem i. Ich habe hier innen drin nochmal wieder so ein bisschen schick abgesteppt und die offenen Nähte hübsch versäubert mit diesem gepunkteten Stoff. Und hier oben habe ich dann zwei Reißverschlüsse zusammengefügt, weil ich keinen passenden hatte, der lang genug war. Das English Paper Piecing hatte ich euch ja in dem Vlog so ein bisschen gezeigt. Das hat wirklich super Spaß gemacht und ist ein neues Steckenpferd von mir. Das macht wirklich super viel Spaß. Das English Paper Piecing habe ich aus einer Riley Blake Stoffsammlung gemacht. Mod Mew heißt es, glaube ich. Aber die Information dazu findet ihr auf jeden Fall nochmal in dem Making-of zu dieser Tasche. Und das English Paper Piecing, das lässt mich einfach nicht mehr los. Und ich habe auch schon ein weiteres Projekt in Planung. Und zwar habe ich hier noch ein schönes Kuschelkissen. Ich hatte ja kurz vorhin schon erwähnt, dass wir ein neues Möbel für den Flur gebaut hatten. Und da fehlt natürlich auch noch ein hübsches Zierkissen drauf. Und das habe ich hier schon mal. Ich habe natürlich auch ein bisschen was Interessantes damit vor. Und zwar möchte ich wieder ein bisschen quilten und mit English Paper Piecing arbeiten. Und dafür habe ich mir diese grandiose Stoffkollektion gekauft. Das ist Liberty Fabrics für Riley Blake Designs. The Emporium Collection Nummer 3. Und die heißt Discovery. Und ihr seht schon, dass hier verschiedene Blau, Creme und Gelbtöne drin verarbeitet sind. Und das erinnert mich total an Delft. An das Delfter Blau. An Amsterdam und die goldenen Zeiten von den Niederlanden. Wie sie dann nachher auch nach Fernost gereist sind, um dort allerlei Handel zu treiben. Und ich liebe es einfach. Passt auch wunderbar zu unserer neuen Fließtapete, die wir da auch bei uns im Flur angebracht hatten. Da möchte ich so ein bisschen quilten und auch English Paper Piecing machen. Und wie genau das Kissen dann entsteht, das zeige ich euch dann nochmal in einem Making-of. Und wie gesagt, falls Nähen nicht so was für euch ist, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten vorliegen Video wieder. So meine Lieben. Und das war es auch schon, was ich euch in dieser Podcast-Folge gern alles zeigen wollte. Ich werde mich jetzt in den Sommerurlaub verabschieden. Wie gesagt, vorher zeige ich euch aber noch das ein oder andere Video. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt schön gesund. Wir sehen uns doch hoffentlich im nächsten Video wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.